So, in der letzten Woche habe ich dir ja ein bisschen darüber erzählt, dass ich mit dem Willi Probleme habe, mit Hundefutter, nicht mit dem Kernfutter, was ich ihm gebe. Da habe ich ein gutes gefunden, das funktioniert auch, aber auf der Fährte brauche ich ja Leckerchen erstens und zweitens einen Jackpot. Einen Jackpot, der wirklich was anderes ist, der auch was anderes ist als die Leckerchen, der richtig hochwertig für den Hund ist, wo der Hund richtig Lust zu hat, eben um dem Hund die Fährte dauerhaft eben auch als Highlight zu präsentieren. Und der Hund soll auf der Fährte maximal motiviert sein und Lust haben, Freude haben, weil es eben am Ende der Fährte einen tollen, tollen Jackpot gibt. Und da war eigentlich beim Willi immer das Problem. Ich habe unterschiedliche Sachen ausprobiert und am nächsten Tag hatte der immer Durchfall. Und jetzt habe ich in der Kiste letzte Woche mal ein Produkt gefunden, das mich total überzeugt hat und das ist diese Wurst. Das ist eine Pferdewurst, also eine Wurst aus Pferdefleisch. Und die hat mich deswegen total überzeugt, die habe ich jetzt zwei Fährten hintereinander eingesetzt und natürlich immer am nächsten und übernächsten Tag geschaut, wenn der Willi eben dann das Verdaute wieder ausgeschieden hat, wie das da war. Und das war bombenfest, meilenweit weg von seinen üblichen Problemen, also noch nicht mal dünn im Ansatz, sondern wirklich super, super verdaut. Und mein Tipp, Pferdefleisch ist ja sowieso etwas, das für, sagen wir mal, Hunde, die zur Unverträglichkeit neigen oder einen empfindlichen Magen haben, nicht schlecht. Ich habe das jetzt hier zum ersten Mal eben ausprobiert und ich war wirklich von dem Produkt hier total begeistert, Gourmetwurst, Pferd. Eigentlich soll das hier sogar eine Vollnahrung sein für das regelmäßige Füttern. Ich nehme das aber nur auf dem Jackpot auf der Fährte. Ich bleibe bei seinem normalen Futter, das funktioniert ja gut, aber das hier werde ich jetzt verstärkt auch auf der Fährte einsetzen, weil es mehrere Vorteile hat. Neben der Verträglichkeit ist es vom Handling her total super. Ich habe vorher schon mal mit rohem Fleisch auch gearbeitet, das ist eingefroren, das muss dann erst aufgetaut werden. Die Portionierung ist eine Riesenschweinerei, da ist dann häufig auch ein Pansenanteil drin, dann stinkt es wie Sau. Dann das Handling am Jackpot an der Fährte ist dann auch nicht einfach, weil ich will das nicht blank liegen lassen, sondern das ist immer in einer Dose, damit der Hund die Witterung nicht aufnimmt und schon von 20 Meter vorher anfängt loszustürmen. Der soll ja die Fährte schön weiter bis zum Ende durchsuchen. Also da muss ich sagen, hat das Produkt hier, diese Gourmet Pferdewurst, auch eben noch den Vorteil, dass sie super handelbar ist. Einfach relativ feste Konsistenz, der Hund ist total gallig da drauf, was ja auch Sinn der Sache ist, weil es was Besonderes ist. Man kann sie super schneiden, man könnte sogar teilweise sie in Stückchen schneiden und in die Dritte legen. Die Konsistenz ist dafür auch top geeignet, weil die ist halt nicht hart, sondern eben weich. Der Hund kann die im Vorbeigehen leicht auch runterschlucken, also was ganz anderes als wie so ein hartes Leckerchen. Ich mache das aber nicht, also ich verwende in den Dritten etwas anderes wie ganz am Ende der Fährte. Da gibt es wirklich was Besonderes und das ist eben jetzt hier diese Gourmet Pferdewurst, die ich bei fitfutter.de in der Kiste da letzte Woche zur Probe eben bestellt habe. Ja, das ist jetzt erstmal das Highlight der ersten Woche, also das war wirklich gut. In der Kiste waren noch etliche andere Produkte drin, wenn die was taugen, werde ich hier wieder berichten. Nächste Woche gibt es dann aber mal wieder ein Trainingsvideo oder vielleicht sogar ein erstes Video von unserer Abreise Richtung Zedenik, also Berlin. Zedenik ist ja ein Ort, 60 Kilometer nördlich von Berlin, wo die Bundessiegerprüfung Ende April stattfindet und Mitte April fahren der Willi und ich da schon hin, machen ein paar Tage Urlaub, gehen natürlich ein bisschen fährten, ein bisschen trainieren als Gast auf dem Platz dort vor Ort etc. pp. Und da werde ich sicherlich auch berichten, wie es uns da auf der Bundesliga-Prüfung ergangen ist. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video.